Ja, Flottillesegeln mit Matthias, um das gleich vorneweg zu sagen, einfach großartig. Im Anfang, wir waren ja ein bisschen skeptisch, wie ist denn das so hintereinander hersegeln, aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Alles ist wirklich top. Am Anfang das Briefing, an jedem Tag, wirklich wo man segelt, wie die Wetterlage ist, wann man ankommt, wie die Ankersituation ausschaut, wirklich das steht wie eine Eins. Dann während des Segelns, auch immer wieder über WhatsApp-Gruppen, einfach gut im Kontakt zu sein. Das ist einfach eine super, super Begleitung und, ja, was zählt wirklich am Ende des Tages? Eine gute Location, einen Ankerplatz und das passende Restaurant. Matthias kennt wirklich die besten Sachen und insofern Flottillesegeln mit Matthias ist großartig.